Das ist G-Marks CLA-9 und CLA-9T, ein universeller Hörverstärker mit aufladbaren Batterien. Es sind exzellente, einfach zu bedienende Systeme. Beide haben super empfindliche Mikrofone. Diese nehmen die Umfeldgeräusche von verschiedenen Quellen auf, sei es ihre Unterhaltung, Fernseher oder Radio. Diese Geräte werden den Klang verstärken. CLA-9 und CLA-9T sind beide mit aufladbaren Batterien ausgestattet. Das CLA-9 und CLA-9T ist einfach mit dem kleinen Ladegerät, welches sich in der Packung befindet, aufzuladen. Einfaches Anlegen des ultraleichten Kopfhörers Schließe den Kopfhörer an das CLA-9 oder CLA-9T an. Alternativ kann das CLA-9T auch in Gebäuden benutzt werden, die mit einer Induktionsspule ausgestattet sind. Auf Modus T schalten und am Kopfhöreranschluss die Induktionsschlaufe anschließen. Sie werden die Leistungen eines T-Spulensystems genießen, bei eingebauten Induktionsspulen, wie zum Beispiel im Theater oder in der Kirche, ohne dass Sie Ihre Hörgeräte benutzen. Schalten Sie CLA-9 oder CLA-9T an. Es ist wirklich so einfach, diesen Kopfhörer mit Verstärker zu benutzen. Ohne sich abzumühen, gelangt man in den Genuss des Hörens Ihrer Umgebungsgeräusche. Die Lautstärke und der Klang kann zu jeder Zeit verändert werden. Es gibt auch einen Balance-Regler. Sobald die Batterien schwach werden, zeigt Ihnen deutlich die Batterieanzeige an, dass es Zeit ist, die Batterien wieder aufzuladen. Für einfaches Bedienen kann CLA-9 oder CLA-9T mit dem mitgelieferten Gürtelclip getragen werden. Kein Grund, sich Sorgen zu machen, wenn Sie am Gehen sind. CLA-9 oder CLA-9T können Sie einfach in der mitgelieferten Tragetasche aufbewahren. Das CLA-9T hat ein 3 Meter langes Zusatzmikrofon. Sie werden imstande sein, TV- oder Audioanlagen klar und deutlich zu hören, ohne dass es zu laut ist und Sie Ihre Freunde und Familie damit stören würden. CLA-9 und CLA-9T Hörverstärker Hilft Menschen, besser zu hören. GEMA ClearSound Hören Sie den Unterschied. Hören Sie den Unterschied. Hören Sie die Rück dioxide Hören Sie zuiyoruz. Vielen Dank.